Kommander B3 mit seinem Raumschiff Apis ist wieder auf dem Weg durch Zeit im Raum, um sein Volk das Überleben zu sichern. Oh nein, Varroa-Fighter! Sorgeangriff einleiten! Kommander! Was? Der Invertose-Antrieb! In letzter Sekunde erreichen sie den Honeymoon. Dort können sie die Reserven wieder auffüllen. Wir haben es geschafft! Ab nach Hause! An der Jakob-Wassermann-Schule arbeiten wir am liebsten direkt mit unseren Bienen. Wir wollen immer genau wissen, was bei denen abgeht. Dafür nutzen wir auch handfeste Daten. Wenn ihr einen Platz braucht für euren Hightech-Kasten, wir sind dabei! Wir sind dabei! Wir sind dabei! Untertitelung des ZDF, 2020